Jo, jo. Guten Tag meine Freunde und willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Let's Battle. Heute ein besonderer Gast dabei, der gute alte Topa. Ja, kommst du? Ja, du bist immer ein besonderer Gast. Ja, weil ich auch nicht dein Teammate bin. Wollen wir um den Berg rum gehen oder wollen wir hoch gehen? Ich würde rum rum gehen, weil wenn wir runterfallen, sind wir tot. Du brauchst nicht hochklettern, geh einfach außen rum. Na gut. Schon wieder Nacht, ich hasse Nacht. Nein, ich finde das gut, dann sehen die uns nicht. Aber ich die auch nicht. Doch, 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 die rechnen ja nicht damit, dass wir da sind. Oh, jetzt ist mein Schwert kaputt gegangen. Soll ich's machen? Na ja, gut. Hier ist noch ein Skelett und Schweine. Ach ja, in irgendeiner Folge. Äh, hast du gesagt, du kommst zu einer neuen Staffel. Oh. Und es war nicht in der ersten. Ja, das war mir schon klar, wenn du sowas sagst. Fand ich witzig, musste ich grinsen. Ja, sie, übrigens, die Asiaten hat geschrieben, genau, XD. Ja. Okay, ich glaube, vielleicht ist es doch keine Basis, vielleicht ist es doch nur Lava. Aua. Oh, Creeper! Oh, Creeper! Oh! 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 Es hat nur ein halbes Herz abgezogen. Ja, das ist aber egal, das war laut. Yolo. Versuch mal auf den Rosen zu gehen. Ja, sagt er mir und stürzt eiskalt ins Wasser, ne? Hast du noch was zu sagen? Ja, dass ich's nicht kann. Ich bin da nicht zu kratzieren wie du. Das sieht da halt so hell aus. Ich weiß nicht warum. Also... Aber wenn du mal... Egal. Boah, jetzt kommt wieder so'n hässlicher Sound. Oh ja, ich dachte auch gerade, mein Gott, unter uns ist irgendeine Höhle. Ja, das ist immer dieser Höhlen-Sound. Ja, ja schon. Ich geh mal langsam vorsichtig drauf zu. Aber es hört sich schon nach Lava an. Ja, okay, es ist keine Basis, es ist wirklich nur Lava. Oh mann. Aber ernsthaft gesagt, musst ihr doch irgendwo... Bist du hinter mich? Lass mal reinspringen. Ich töte dich, ne? Aber irgendwo hier ist einer hin... Da ist noch ne tendenzielle... Warte. Bestimmt auch mal wieder Lava. Egal, lass da noch mal hingehen. Wir haben noch eh nix zu verlieren gerade. Hier oben ist ein Enderman. Ja, hab ich schon... Hinter uns ist ne Spinne, oder so? Ne, Mini... Hast doch hinter dir Mini-Zombie! Ne, hab's schon gesehen. Lass mal hier vorne auf den Berg gehen. Da, wo der Enderman vorsteht. Soll ich ihn ficken? Ja... Muss nicht sein. Doch, doch. Also ich bin der Meinung, hier war definitiv welche. Heilige Scheiße! Wie viel hast du noch? Genug. Okay, OH! Alter! Die Spinne hat mich den Berg runter geschlagen! Fotze! Wir machen hier grad schon ein bisschen YOLO-Mode, ne? Ja, aber es ist auch ziemlich laut, was wir hier machen, ey. Ein Stack DIA ist ja halt die Fresse. Ja, wahrscheinlich, Alter, wahrscheinlich, Digga. Willst du? Ah, da hinten. Ich kämpfe grad gegen drei Sachen gleichzeitig. Ja, so ging's mir auch grad. Dicker, das war eigentlich normal, ey. Okay, gut. Also wir sind hier schon ziemlich am... Ach, da ist der World Border. Okay, hier... Oh, sag doch, du hast ne Creeper! Ja! Ich hab' ihn auch nicht gesehen. Du musst mir auch mal Deckung geben, wenn ich auf die Map gucke, Mann! Ja, Digga, ich hab' den grad auch nicht gesehen. Ich hab' nach da hinten geguckt, wo der Border ist. Das ist ne Hexe. Ja, schau doch, die Hexe sind drei Creeper. Das ist wieder gut Ammo. Versuch's auch zu ficken. Ich komm' dir jetzt nicht zu nah, ne? Sonst gehen sie wieder hoch. Oh Gott, ich dachte grad, das wär' ein Creeper hinter mir. So. Na, GG? Ja, ein bisschen Schießpulver hab' ich nicht... Ne, ich hab' keins bekommen. Ja, das ist in die Luft gesprengt von den anderen beiden. Da ist ne Hexe. Okay, gut. Lass' mal weiter hier am Borderland gehen. Hier muss irgendwo einer sein, Mann. Wenn hier keine Basis ist, ey, dann möge ich nicht mehr Marcel heißen. Na, Freepert? Wie geht's dir? Die Fresse! Ich mein', hier, lass' doch mal nach oben gehen hier, aber... Irgendwo hier muss doch auch einfach ne Basis sein. Time to strike, okay. Ja, das heißt, die haben Waffen, ne? Alter, sind hier viele Gegner's. Gegner's? Ja, und sie haben mich gesehen. Oh no, hier geht's tief runter. Ich komm' hier nicht hoch. Alter, Alex! Ich brauch' dich! Hilf' mir! Oh, leck' mich! Alex! Ich muss doch schon durchspinnen, glaub' ich's hin. Ja, natürlich immer in solchen Momenten spinnt natürlich alles. Das Skelett tötet mich, Mann! Alex! Komme! Ich bin da, YOLO! Nicht mich schlagen! Ja, dann geh' mir noch aus dem Boden. Hinter dir, ein Creeper! Hinter dir! Alter, wir räumen hier alles auf, ey! Alter! Creeper! Hast du noch genug? Hinter dir ist eine Spinne! Ja, ja, ich hab' noch. Ich hab' noch. Lass' mal Richtung Wald gehen, da sind nicht so viele Gegner. Hier, lass' uns zum Baum gehen, hier irgendwo. Uhuhuhu! Alter, wir battlen uns mehr mit Creeper. Ja, also irgendwie muss das ja auch spannend sein, ne? Hier. Wenn wir schon keine Gegner finden, können wir doch wenigstens ein paar Zombies schlachten. Ja, das wird auf Dauer auch langweilig und Gegner sind halt cooler. Da rechts von uns ist ein Creeper, ne? Hä? Ich hab' noch ein Skelettchen. Figaro, Figaro! Ich muss mal ein paar Sachen loswerden, nicht so laut, bitte. Äh, gib mir Deckung! Ich guck' jetzt, ob ich irgendwo auf der Minimap irgendwas finde. Mieke? Also, wir sind hier direkt am World Border, das heißt, es können nur hier welche sein. Aber es kann doch nicht sein, dass wir keine Basis finden, oder? Lass' mal weiter nach oben zum World Border in die Ecke gehen. Einfach hier am World Border lang gehen wir jetzt. Wir müssen einmal rüber. Lauf vor. Wir müssen einmal runter und wieder hoch. Oh, ich hab' grad wieder alles eingesammelt, was ich weggeworfen hab', Mann. Ah, das kenn' ich. Das ist geil. Wir haben Zombie. Ja, behalte doch das Zombie-Ding, vielleicht brauchst's nachher noch. Ich hab' 54 Perk-Job, jetzt halt die Fresse. Ja? Wenn wir sterben, verlieren wir eh alles. Wie schnellst du, Magda? Du bist der langsamste Minecraft-Spieler, ich kenne, ey. Ja, das sagst du jetzt schon zum 80. Mal. Ja, weil's so ist! Ja, das reicht doch, wenn wir's einmal sein. Du Wichser, ey. Ganz ehrlich, Alter, kannst du gleich wieder alleine aufnehmen. Ja, mach' ich auch. Dann nehmen wir wieder getrennt auf, wie letzte Staffel. Ja, und diesmal gehen wir wirklich in getrennte Channel und rufen uns ja über Skype an. Können wir auch machen. Ja, aber nicht jetzt. Achtung, spinne hinter dir. Ja, und vor mir. Das Skelett, nimm du das Skelett. Ich kümmere mich um die ganzen Spinnen hier. Okay, gut, haben wir alles. Ja, ist clean. Sector Clear. Hier wäre auch so eine perfekte Basis. Code 4, Code 4. All clear. Ne, hier unten ist gar nichts. Ich dachte, vielleicht ist hier unten eine Basis oder ähnliches, aber okay. Es wird langsam wieder Tag. Gut, ähm, weg damit. Ich hab noch zwei Pfeile für dich, für deinen Bogen. Warte, hier. Zwei Pfeile hinter dir. Enten ist ein Enderman. Doch, kack doch auf den Scheiß Enderman. Wo bist du? Ich bin hinterm Berg. Hier, ich bin auf der Seite. Hier, hier reicht's. So, hier. Komm mal, komm mal. Wir gehen jetzt so lange am World Border lang, bis wir irgendwas gefunden haben. Ich glaube, am World Border finden wir nichts. Nein, aber wir haben ja... Oh! Hat keiner gemerkt, ne? Da war ich ein bisschen zu gierig. Irgendwo ein Creeper gehört. Aber ich sag auch nicht, dass wir am World Border was finden, aber zum Beispiel, man könnte ja irgendwie... Von hier hat man wenigstens... Ganz ehrlich, wir haben bald die ganze Map erkundet, das kann doch nicht sein. Also wenn ich M drücke, hab ich die komplette Map. Ich kann die komplette Map sehen, wenn ich M drücke. Ja. Ja, fast. Ne, ich ernsthaft alles. Bis zum World Border. Deswegen, das kann ja eigentlich gar nicht sein. Das ist doch nicht normal. Aber wir natürlich mit unserem Strandhaus letztes Mal waren ziemlich auffällig, ne? Ich guck mal hier zwischen den Bäumen oder so. Ja, aber da haben sie uns wenigstens gefunden, dann ging's fast ab. Ja, aber... Was man hier im Baumhaus baut. Ne Fake Base? Oder ne Second... Lass doch mal ne Second Base bauen. So ne Backup Base. Das darf man nicht. Ja, ne, darf man nicht. Du darfst ja immer nur eine Hauptbase haben. Ja, ja, eine Hauptbase. Aber wir können doch... Ja, aber die andere darf ja dann... Da darf ja nichts drin sein dann, theoretisch. Unsere Betten. Ja gut, die sind dann in der Ding Base. In der... Äh, was haben wir diesmal eigentlich? Ne Mine Base. Also... Okay, gut. Wir haben... Nichts. Also hier ist rein gar nichts. Lass mal weiter in die Richtung hier laufen. Irgendwo muss doch auch was sein. Kann man... Kann man... Nice, dicker nice. Musst du wieder kacken? Ne, ne. Achso, okay. Alles cool. Ich hoff nicht, dass... Alex, wo bist du? Achso, da bist du. Hä? Ich hab dich grad hinter mir nicht gesehen. Ja, tuschel auch nicht. Tuschel. Ich hoff... Also gut, es wär glaub schon lustig, wenn man's so in der Facecam so sieht, so... Oh fuck. Ja. Aber irgendwie auch nicht so... Was denn? Guck mal hier unten. Ja, das ist schon ne Höhle, ne? Das ist ne Schlucht hier unter uns, ja. Aber wenn ich du wär, würde ich da nicht runter gehen. Da ist kein Wasser unter uns direkt, ne? Pass auf, wenn du da runter gehst, schlupst du. Ne, hallo. Ich bin doch schon drüber, alter. Ne, aber die Schlucht ist cool. Die ist richtig swaggy. Scheiße, die Schlucht. Ich will jetzt... Gegner finden. Ich will töten! Ich soll mal wieder was essen, ne? Wie kann man denn immer vergessen zu essen? Bist du irgendwie behindert? Hast du irgendwie... Demenz? Ich esse in meinem Leben eigentlich gar nicht so viel. Oder so oft. Wie man denkt, was ich tun würde. Ey, letztens, ne? Alter. Ich war auf so nem Workshop von der Uni aus. Da gab's halt irgendwann Mittagessen, ne? Und ich... Ich hatte halt morgens schon gegessen gehabt. So, äh... Nugget-Dinger irgendwas. Meck-Nuggets? Ja, sowas in der Art. Von, 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 äh... Vom Laden meines Vertrauens. Spillil. Ähm... Ach so, ja, ja. Doch, keine... Ähm... Ja, auf jeden Fall. Und dann gab's halt Mittagessen. Und ich hatte halt keinen Hunger. Und ich saß halt einfach nur da, alle um mich rum essen. So, und dann... So eine Truss fragt mich so... Warum isst du denn nichts? Ich so... Ich bin nicht gut in sowas. Ne, weil ich keinen Hunger habe. Die so... Ja, okay. So, ohne Witz. Zwei Minuten später. Ja, warum isst du denn nichts? Guckst du dich an und denkst und sagst so... Sag mal, willst du mich eigentlich verarschen? Ich hab keinen Hunger. Ja, du musst doch was essen. Und ich denk so, ja, nur weil ich fett bin, oder was? Heißt du, dass ich dauernd essen muss? Ja, nice. Danke. Da hätte ich mich so aufregen können. Heißt doch nicht, nur weil ich fett bin, dass ich andauernd am Phrasen bin. Ich ess nur ziemlich ungesund, das ist das Problem. Es kann doch nicht sein. Ey, ohne Witz, das hatten wir doch nie. Das hatten wir doch in keiner Battle Staffel. Dass wir mal nichts gefunden haben. Ja, aber wir können mal mit in die Richtung, kommen wir mit in die Richtung. Das kommt mir davon, wenn man die Folgen diesmal wirklich nicht guckt. Nee, das hatten sie doch letztes Mal geschrieben gehabt, als wir die Dinge hier von Domse gefunden hatten, die Base. So in die Kommentare geschrieben. Ihr guckt die Folgen, weil ihr wisst ganz genau, wo die Base ist. Hä, ich hab die auf der Minimap gefunden, sind die alle behindert, oder was? Hast du das nicht gelesen bei dir? Nö. Ich lese doch nicht meine Kommentare, ich hasse meine Abonnenten. Kapp ab. Ja, auf jeden Fall, da stand da halt so drin. Und ich denke mir so, die war auch überhaupt nicht auffällig. Nein, die war nicht auffällig, das ist alles in Ordnung, das sah halt aus wie ein Pilz. Warte mal, hier sind glaube ich Creeper explodiert, das ist alles so grün hier. Für Domse, das war schon ein bisschen auffällig. Aber wenn du jetzt überlegst, wenn du mal M drückst und guckst, du siehst halt immer wieder im Wald diese braunen Dinger. Und so sah halt auch die Base von denen aus. Ja. Aber... Viele hatten ja bei ihm dann auch geschrieben, also nachdem wir die Folgen gucken durften, habe ich mir das mal so durchlesen, haben auch geschrieben gehabt, Jo, mach doch Bäume drüber, wie ist das? Wir haben Bäume drunter gemacht. Ach, warte mal. Was? Ist das nicht das Biom, wo wir den Hund vergessen hatten? Äh, das Sumpfbiom, ja, hier irgendwo. Sind wir da nicht? Also dann müsste hier... Das Ding ist, wir lassen hier nichts liegen, ne, wir nehmen ja immer alles mit. Ja, aber ich glaube, wir müssen weiter nach da... Wir müssen einmal durch den Sumpf, das ist da hinten irgendwie in die Mittelinsel gewesen oder so. Hm. Lass mal einfach... Ey, jetzt ist doch... Aber ich meine, dieses Berghaus, was Dölit und so hatten, Dölit und Spiritless das mal hatten, war ja auch auffällig. Ja. Warte, ich glaube, ich weiß, wo wir hin müssen. Aber es kann doch nicht sein, dass wir wirklich rein gar nichts finden. Komm mal mit. Ich bin halt relativ froh, dass du in meinem Team bist, weil du siehst die Leute eher als ich. Naja, ich habe ein Auge für sowas, aber... Ich sehe halt immer nur Höhleneingänge, wo ich mir so denke, gut, da könnte jemand gewesen sein oder so, aber... Ich bin immer... Ich glaube, wir sorgen gerade eventuell für Legs, ne, weil wir Welt aufbauen. Das ist doch gut so. Die denken, wir sind in der Hölle. Kurwa. Ne, ne, da hätten wir ein Achievement bekommen, ne. So, wo könnte das jetzt gewesen sein, wo wir waren? Hier sind Kühe, da sind die Berge. Ich würde jetzt gerne bei der Folge gucken, ne? Ja, ich wollte gerade sagen, lass doch die alte Folge gucken. Die Koordinaten könnte man sich heraussuchen, das wäre ja das kleinste Problem. Kreuz. Ich könnte mir auch vorstellen, dass jemand so direkt hinterm Baum irgendwie ne Bar... Oh! Was? Oh! Oh! Oh mein Gott! Ich bin runtergefallen, hier ist ne Schlucht mitten im Wasser. Da bin ich gerade runtergefallen. Ich bin unten, ganz unten, unterm Wasser. Ja, nice, komm wieder hoch. Oh! Ja, wie denn? Hier ist ja die AK. Ich komme ja nicht hoch. Ich musste mich durchbauen Richtung Sumpf. Hier bist du. Ah, ich seh dich. Okay, ich bin über dir. Alter, ich bin hier einfach nur runtergefallen gerade. Ich hab mich richtig erschrocken. Ich dachte, jetzt ist es vorbei. Ich dachte so, jetzt, das war's. Erstes Leben weg. Oh, alles gut. Oh, Alter. Wieso haben alle so viele Diamanten? Ja. Ich hab keine Ahnung. Wir haben, wir haben auch relativ schnell aufgehört zu suchen, ne? Also pass auf, hier geht ne Schlucht durch. Aber hier ist die Schlucht, die am Sumpf war. Das heißt, hier müsste auch irgendwo unser Hundi sein. Ich dachte grad so, Alter, was schreit der denn jetzt so? Ja gut, es könnte jetzt durchaus sein, also wenn, wenn Domse immer noch in der Hölle ist. Könnte ja, könnte ja sein, dass die sich jetzt dann da battlen, ne? Das ist unwahrscheinlich, weil die, das ist, das Portal in der Hölle bewegt sich ja proportional zu dem Portal auf der Erde. Äh, was hältst du von da hinten? Denkst du, da könnte ne Base sein auf der Insel? Hier, gerade da drüben. Ach ne, direkt am Border. Aber mich nervt das grad echt, dass jetzt alle in die Hölle gehen. Die wollen sich wahrscheinlich halt Tränke machen, ne? Ja, ja. Ja, dazu geh ich ja in die Hölle. Aber ich mein, wir könnten die halt überraschen. Weil wir haben ja jetzt diesen, wir haben zwar keine Diamanten, beziehungsweise wir haben Diamanten, aber nicht genug, um halt Enchanting Table und so zu machen. Ja. Aber es wäre halt einfach echt optimal, wenn wir jetzt, wenn sie in der Hölle sind, ne Base finden. Also zumindest von denen, ja. Ja, das müssen, das braucht, das müsste echt sein, das müssen wir jetzt. Deswegen müssen wir, weil jetzt, wenn wir jetzt Diamanten suchen, das wäre viel zu spät. Wie wenig musst du eigentlich fressen? Also das Ding ist, ja, genug. Die, die nie essen, Digga. Ich bin halt sehr sparsam mit meiner Energie. Ja, ich merk's, immer am Rumrennen, am Rumspringen. Also das Ding ist, hä, ich hatte eben 61, jetzt hab ich noch 49 Perkjob, also. Ja, okay. Das Ding ist, glaub ich, auch wenn wir jetzt Diamanten suchen würden, dann wär's halt total schwachsinnig. Weil wir jetzt total... Der eine scheint noch nicht unten zu sein bei Kautippa, oder? Ja, gut, dann geht nur ein... Äh, vielleicht haben sie auch nur das Portal generiert, wer weiß. Ne, ne, da musst du glaub schon durchgehen, um das Achievement zu kriegen. Ja, ja, er ist reingegangen und wieder zurück. Achso, ne, das kann doch nicht. Sag mal ruhig. Was? Das sind die Kühe, ich dachte grad, das hat sich nach nem Neta-Portal angehört. Sorry. Ey, das kann doch nicht sein, Mann. Wir laufen hier auf der ganzen Map um, Alter. Wir sind durch die komplette Map gelaufen, ey. Aber ich, ey, ohne Witz. Wie gesagt, wenn wir jetzt Diamanten suchen würden, wir wären wieder so behind, ne? Wir würden nichts hinkriegen. Das wär viel zu spät, wenn wir jetzt Diamanten suchen und in die Hölle gehen, weißt du, was ich mein? Mhm. Oh Mann, pass auf, ne, vor Schluchten und so. Halt die Fresse. Hä, das war, das war nicht böse gemeint. Ja, ich weiß, aber es war halt echt dumm von mir, dass ich da einfach rumgesprungen bin. Ich mein, ich bin auch relativ knapp vorbeigelaufen, ich hab die auch nicht gesehen. Ich hätte auch reinfallen können. Aber guck auch mal auf der Map, ob du vielleicht irgendwas braunes siehst. Irgendwie ein Häuschen oder so. Ja, hier sind viele braune Häuschen. Geradeaus durch ist was. Das sieht nicht nach nem Pilz aus. Ja. Es ist ein Pilz. Ja. Aber warte mal. Ist da ne Fackel unten? Pisch? Oder nicht? Ne. Ne. Weißt du, es ist auch in dieser Höhle, in diesen ganzen Höhlen, wo wir jetzt schon drin waren, ne? War nicht eine Fackel. Vielleicht haben sie sie alle wieder abgebaut, weil sie dachten, oh, dann finden sie uns nicht. Nice, Digga, nice. Pilze. Wir könnten ne, wir könnten Pilzsuppen machen. Könnten wir, ja. Oder wie wärs, ey, theoretisch könnte man noch unter, äh, unter nem Pilz ne Basis bauen. Aber komm mit, hier hinten sind viele Pilze. Vielleicht finden wir hier irgendwie was ne Basis dazwischen. Sag mal, kann das sein, dass das Essen nicht richtig abbaut? Alter, wir sind schon wieder bei 20 Minuten gleich, ohne Witz. Ja, meine Fresse, ey. Gut, Freunde, dann würde ich sagen, das war's, das war's, war's wieder für die Folge. Ja. Vergesst nicht die Bewertung, wenn es euch gefallen hat. Lass mal wieder hier runter gehen. Schaut bei den anderen Teilnehmern vorbei. Hier runter, hier, nein, du gehst in die falsche Richtung. Wo denn? Hier. Lass mich doch. Hier runter. Also, schaut bei den anderen Teilnehmern auch vorbei. Bitte nicht spoilern, ihr wisst Bescheid. Die Stars Ananas. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. **** Goodraction Voll對啊